einen wunderschönen guten tag meine lieben mein name sie aus dem crypto café und ich bin euer crypto trainer ja es geht um reines entertainment keine finanzberatung und natürlich um den namen crypto trainer gerecht zu werden ja habe ich euch was schönes vorbereitet was unterhalten sollte ja also schreibt mir definitiv drunter ob ihr unterhaltet worden seid oder nicht ja es geht um zwei sehr ungleiche projekte das eine ist die fight chain das andere ist kadena ja ja ihr ahnt vielleicht schon das ganze ist natürlich auch nicht altruistisch aufgebaut ja das heißt ich habe die beiden projekte rausgesucht weil mir youtube gesagt hat das sind die zwei videos pass auf das sind die zwei videos die die meisten leute angeklickt haben ja die haben so großes interesse an diese beiden projekte und vor allem die kriegen ja so viel feedback ja ob das positiv oder negativ erstmal dahingestellt aber die geben dir feedback ja wir wollen mehr von solchen videos sehen das hat mir youtube gesagt ja also habe ich gesagt okay youtube so lange jemand kanal laufen lässt mache ich für euch sowas wo wir zwei fliegen mit einer klatsche schlagen können also wir vergleichen heute die fight chain mit kadena und gucken in wen wir die nächsten 100 dollar investieren werden oder auch nicht also was haben wir wir haben die fight chain für alle die nicht wissen die war chain ist natürlich vor einem sehr berühmten mann julian haus ja das gefaundet gegründet und die fight chain ist eine proof of stake block chain die auf bitcoin basiert ja das ist das was sie immer wofür die immer werben dass sie eben die sicherheit ihr wisst bitcoin sicherste chain wo sie die 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 sicherheit von bitcoin ausnutzen und gleichzeitig aber dass die frei also praktisch das smart contract auf bitcoin bringen ja also praktisch alles was ihr auch hier machen könnt auf der bitcoin block so das ist deren ziel ja oder vision und wir haben kadena kadena ist im vergleich so die fight chain the proof of work ja das heißt das wird mit mining betrieben mit meiner wird es das schön abgesichert ja nicht durch staking und durch mining und das hat den ziel so ähnlich wie ethereum aber nur viel schneller und viel günstiger also praktisch tausendstel oder millionstel von cent pro transaktion das heißt ihr könnt praktisch alle transaktionen die ja ein tag offizieren macht auf der kadena machen und dafür vielleicht einen cent bezahlen das ist deren vision also smart contract und finanzindustrie für jeden affordable also leistbar oder bezahlbar zu machen ja und natürlich skalierbar das heißt super schnell und dann auch ultra ultra weit sich entwickeln in die zukunft über alle planeten und ja das ist deren ziel und wir gucken an welche jetzt das rennen gewinnt wir haben als erstes was machen wir wenn wir neue chains in die hand kriegen und die vergleichen wollen wir gucken auf die marktkapitalisierung und paar anderen daten also wir haben bei kadena und bei die fight chain aktuell warte ich muss das einmal aktualisieren für euch bei die fight chain sind wir aktuell bei tatsächlich über eine milliarde kommen durch den kleinen bewegungen nach oben jetzt ihr seht ja heute zehn prozent fast gestern war es noch knapp darunter also circa eine milliarde marktkapitalisierung bei kadena haben wir eine marktkapitalisierung von fast drei milliarden oder 2,75 also kadena ist an der stelle so circa dreimal größer als die fight chain diese zahl allein sagt erstmal nichts aus ja weil wir sind da in einem bereich ne ihr seht nummer 222 und wir haben hier nummer 65 ja ich sag mal alles was nicht top 30 top 20 ist hat hat natürlich das risiko in der nächsten bärenmarkt komplett in der versenkung zu verschwinden wenn das nicht bis dahin nach oben schafft und so gesehen erst mal okay ja ich gebe mal an der stelle beiden punkt und als nächstes gucken wir uns an die die social engagement das heißt wie viele leute tatsächlich daran interessiert sind daran für den folgen und wir haben da auch sehr ähnliche zahlen wir haben circa 35.000 bei die fight chain und bei kadena 175 das ist schon fünf mal größer aber wenn wir uns die twitter follower angucken weil twitter ist natürlich ein der dreh- und angelpunkte für crypto ja für neue informationen die erscheinen immer dort zuerst und da haben wir tatsächlich sehr ähnliche werte das heißt da haben wir für die fall 3.000 und für kadena haben wir 100.000 das heißt das dreimal größer bei kadena und als bei die fall entsprechend so ein bisschen die marktkapitalisierung das heißt auch hier an der stelle da ich mal ist nicht wirklich was gravierendes wo ich sage okay das ist eine für mich eine gelbe und rote ampel deswegen an der stelle würde ich tatsächlich auch beiden projekte ähnlich gut bewerten aber das ist eine gewisse traction da interesse da vom normalen sterblichen normal bürger und kommen wir zum nächsten punkt das ist ein sehr wichtiger punkt nämlich hier unten ihr seht das das sind die exchanges auf denen diese kaufbar sind oder gelistet sind warum ist das wichtig mehr das sind neue projekte ja und weil die projekte eben nicht direkt an die serien oder so angeschlossen sind müssen ja die sag ich mal die leute irgendwie mit ihren geld da rein ja und aktuell ist halt die möglichkeit über einsteckende zu gehen ob wir über normalerweise eine beinance coinbase und so weiter und ihr seht bei beiden wir haben keines der großen exchanges aber immerhin wir haben bei beiden kuh coin drin und exchange sind natürlich auch so eine art prüfrolle das heißt wenn große exchange wie coinbase oder beinance ein kohlen listen dann werden die diese diese coins schon vorher selbst untersuchen eine gewisse die prüfung durchziehen unterziehen ob das etwas sag ich mal legitim ist es oder ob da eventuell risiko dahinter stecken können und ja so gesehen also ich meine wenn wir uns mal die angucken die anzahl der exchanges und die volumen ich meine die volumen sind bei beiden nicht wirklich ausschlaggebend also nicht ausschlaggebend aber merklich da aber wir haben bei defy chain tatsächlich 77 genau und bei kadena haben wir auch sieben unter die exchanges das ist praktisch die einstiegspunkte wo drüber hier in die auf die chain einsteigen könnte oder zumindest die token der chains kaufen können ja das ist erstmal nichts besonderes aber wir haben bei defy chain noch eine möglichkeit über das cake zu gehen für alle die nicht wissen cake ist eine auch eine anwendung die praktisch so eine art wie wie das wie das beinance für b für bei der smart chain so eine art vor vor gestaltete einheit wo ihr nicht tatsächlich selber auf die chain gehen müsst um die sachen zu machen die auf der chain machen können und das cake ist natürlich angebunden an die serien an bei einer smart chain und so weiter ja das heißt ihr könnt dort tatsächlich auch dezentral einsteigen in das die fall chain ohne über eine exchange extra so gesehen an der stelle ist tatsächlich würde ich sagen ist hat die fall chain leicht die nase vorne ja auch sonst glaubt oder nicht so jetzt gucken wir uns mal an die white papers die white papers natürlich das was das projekt beschreibt was ist warum gibt dieses projekt wie will das seine ziele umsetzen und was sind die ziele er und wenn wir uns die angucken wir haben einfach die chain voll scroll scroll ich ja wer interesse hat kann natürlich alles durchlesen ist sehr sehr viel text ja verändert sich auch mit der zeit war einfach neue tatsachen an das licht kommen und bei kardena habe ich jetzt gar nicht mehr auf das ist natürlich relativ kurz kurz nicht ob das in sechs oder sieben seiten und an der stelle muss man tatsächlich sagen auch wenn bei die falschen sagt man das white paper relativ gut und einfach gehalten ist es ist viel stoff zum durchlesen ja und ja ich meine vieles ist einfach zu technisch aus meiner sicht muss nicht schlecht sein ja es ist zwar nicht technisch aber nicht so technisch dass man nicht mehr versteht als als laien sag ich mal ja aber ich hätte schon an der stelle lieber eine kurze fassung mir gewünscht von die fall chain vergleichsweise über kardena diese sieben seiten das einfach kurz und knapp beschrieben diese warum wie und was der und so gesehen gebe ich den punkt tatsächlich an der stelle kardena aber aber und das ganz wichtig man darf nicht verwechseln ja das kardena was die indien white paper es gibt zwei white paper einmal zum kardena das public blockchain und zum kuro kuro ist für die das private blockchain was die für der institutionelle anleger aufbauen ja und da sind zwar zwei unterschiedlichen sachen und dann aber zu sagen okay wir haben zwei unterschiedliche white papers ja also einmal für kuro einmal für kardena und das kuro ist anders verfasst ja inhalten anhaltsmäßig ich musste wirklich danach suchen das nicht einfach zu finden das ist auch so ein bisschen eine gelbe ampel für mich ja und ja ich sag's mal das ist sehr obskur bei kardena einige sachen dass das das juckt einen schon ein bisschen manchmal an der stelle aber nichtsdestotrotz oberflächlich gesehen ist da an der stelle kardena ein punkt vorne so der nächste punkt ist natürlich use case warum das haben wir geklärt steht ja in den whitepaper was die erreichen wollen was der ziel ist und ob das zielt tatsächlich erreichbar ist hängt er davon ab ob leute auf diese use case einspringen was die anbieten also die fight chain natürlich ne das smart contract auf bitcoin bringen dass die frei auf bitcoins chain bringen und bei kardena an der stelle eben smart contract und so weiter auf als alternativ ist hier ohne viel als praktisch gebührenlos und super schnell ne ob das tatsächlich gefragt ist und es da ist ja und das ist der punkt wo ich jetzt auch tatsächlich sage ich meine ihr kennt die zwei drei videos die gemacht habe zum zum thema die fall wo ich gesagt habe passt auf wenn ihr da investiert ja das ist aber die haben dieses jahr viel getan seit meinen ersten videos aus ein halbes jahr her und die haben vieles umgesetzt was sie auch versprochen haben an der stelle tatsächlich applaus ja und man muss natürlich auch das objektiv betrachten und die ergebnisse die die geliefert haben mal sehen dass die ich habe das selbst probiert da mein client aktualisiert und ich habe mir die funktionen angeguckt die sind alle da ja und an der stelle muss ich tatsächlich sagen okay die haben zumindest ein großteil an der stelle was die im roadmap steht ja auch tatsächlich umgesetzt dieser derivate was die aktien stocks und so weiter ja die haben das tatsächlich gebracht auch wenn es jetzt einmal auf den kurs keine wirklich großen sprung oder veränderungen gebracht hat aber die haben umgesetzt was sie versprochen haben ja das ist ein punkt für die was kardena aber angeht wir wissen was sie versprechen super schnell super skalierbar und super sichere smart contract durch das packt language da gibt es einen 20 seitigen umfang beschreibung wird pack der was total ja so totale blender ist ein blender in dem sinne dass niemand das brauchen und aber außer diese chain die aktuell läuft ja die läuft tatsächlich aber guckt euch dann der explorer an auf der chain da läuft einfach gar nichts ja auch der auf den auf den block chain und die haben aus meiner sich einfach bisher nichts geliefert wovon die geträumt oder was deren vision ist was deren idee ist und deren ziel ist das heißt natürlich können dies noch liefern ja und das beschreitet auch niemand aber da an der stelle ist tatsächlich für mich gesehen die fall chain ein schritt weiter vorne weil das schon geliefert hat ja so als nächstes gucken wir uns an die contributors als praktisch die entwickler die hinter dahinter stehen die daran arbeiten und konnte also eben beitrag leisten ja und da haben wir sehr gute zahlen das ist eine möglichkeit dass ihr für alle die wissen gilt habe ist eben so ist die zentrale für für anwendungsentwicklung software ja und da kann man sehr gut sehen wo was passiert ja wo viel entwickelt wird und das ist von defi chain die entwicklungshistorie von den letzten tagen ja und ihr seht ist nicht wirklich viel aber es ist entwicklung daher zwischen 10 und 30 commits am tag ist okay ja aber dann guckt euch mal jetzt kadena an okay wir haben bei kadena natürlich mehrere subprojekte ja aber da ist jetzt einfach aus meiner sicht nichts los ja also das heißt was der entwicklungsstand angeht wir haben ein commit am tag ja das schafft auch ein einziger programmierer und das ist für mich definitiv nicht und wenn wir uns jetzt ich habe einfach für euch solana herausgeholt ne solana und wir haben hier circa irgendwo zwischen 50 und 100 commits am tag natürlich solana ist auch wesentlich größeres projekt mit viel mehr bc backing dahinter aber so sollte definitiv ein projekt aussehen das traction hat das entwicklung hat und das was er erreichen will also an der stelle da ich mal punkt für die fall kann man zum nächsten wir haben tokenomics habe ich jetzt nicht extra für euch aufgemacht tokenomics ist einfach die verteilung der token wie die aktuell verteilt ist wie zukünftig verteilt werden soll die vertreten ist habe ich ja gesagt proof of stake das heißt die wenn du validator bist in dem netzwerk kriegst du halt pro block ein gewisse anzahl an token dazu ja das gleiche das äquivalente auf der proof of work ist natürlich ne ihr seid ihr habt ein miner ihr habt so ein gerät stehen der verbraucht fünf kilowatt strom pro stunde ja und dafür bekommt ihr halt ein paar münzen pro block und das ist bei bei kadena ja und oberflächlich den bei beiden recht gut aus ja aber wenn ihr ein bisschen tiefer eintaucht ist an der stelle als ich mein erstes video zum die fall schon gemacht hat mein skepsis geäußert habe da war halt ein großer teil glaube 23 prozent der gesamten kommen menge bei der foundation ja das haben die tatsächlich wie wie besprochen auch komplett verbrannt diese token sind komplett aus dem system herausgenommen dass die restlichen coins sind tatsächlich sehr sehr gestreut ja auf die miner auf die community auf die entwicklung und so weiter ja das ist eine gesunde tokenomics ne sag ich mal so bei kadena wenn ihr euch diese grafik anguckt ihr habt sieht oberflächlich gut aus weil drei viertel seien hier token auf die miner entfallen werden ja die sagen dass auch endlich für bitcoin das wird über 100 jahre gehen wir 75 prozent der gesamten token werden die miner bekommen aber das ist der punkt über 100 jahre ja das heißt pro jahr bekommen die miner 75 prozent durch 100 also knapp weniger als ein prozent der sämtlichen coin aber die restlichen 25 prozent oder 30 prozent der coins die werden innerhalb zehn jahre auf die große investoren auf das team und so weiter auf die insider dann man so verstreut das heißt aktu zum aktuellen zeitpunkt ja haben die insider bereits mehr als zwei drittel alle coins in ihren eigenen taschen was bedeutet das na ja gut die miner haben sehr wenig coin also ein drittel alle coins und das wird zwar mehr werden aber über die 100 jahre das heißt in den nächsten zehn jahre wird der anteil der coins die in den taschen der investoren oder insider stecken noch steigen ja prozentual und das ist gefährlich und vor allem die sagen auch in einem white paper selbst die können jederzeit die die diese emission von token an die miner anpassen wie es dem system wie das system gefällt ja und wer bestimmt denn was dem system gefällt normalerweise sollte es ein dezentralisierten system alle miner zusammen ihr wisst du dieses bei bitcoins wenn die was umsetzen wollen müssen alle miner oder alle pools mit abstimmen und wenn da ein großteil ja sagen dann wird es umgesetzt aber bei denen ist natürlich naja kann man vermuten wer das bestimmt ja an der stelle also ein definitives punkt ein definitiver punkt für die fall chain und jetzt kommen wir zum vorletzten punkt ja also dezentralisierung dezentralisierung ist natürlich auch auf die miner bezogen das heißt wie leicht ist es praktisch wenn ich jetzt partizipieren will an dem netzwerk ja an der wenn jeder schon bei bitcoins du kannst mit 200 dollar so ein dir ein gerät kaufen not aufsetzen dann partizipierst du am system ja du meinst zwar nicht aber du kannst partizipieren ja und die bitcoin meiner die gehen auch ab 10.000 dollar los was eine sehr relativ niedrige einstiegsschwelle ist bei ist hier und können mit 300 100 euro grafikkarte loslegen am mining betreiben und das ist für mich ein typischer perfektes beispiel für dezentralisierung ja dass eben keine beschränkung da ist dass man am system teilhaben kann ja du wäre wie sie jetzt auch die ganzen transaktionen und so weiter und so fort so bei die frage haben wir 20.000 für master not 20.000 die fall token das entspricht aktuell 60.000 dollar ja nicht wenig aber ist okay für eine chain sag ich mal die noch nicht so weit entwickelt ist und bei cadena könnt ihr natürlich und meiner kaufen der kostet aktuell 70.000 dollar ist beide sehr hoch ja vom preis her was den einstieg geht also an der stelle würde ich mal sagen okay ist sehr beide sehr schwer einzusteigen aber es ist möglich ja so gesehen also praktisch ausgeglichen und der letzte punkt wo ich eingehen will ist natürlich die typischen die männer die dahinter stehen ja das ist auch wichtig da muss ich einmal durchatmen also julian haus ja ihr wisst diese person da gibt es sehr strittige meinungen zu die einen hassen ihn die einen lieben die anderen lieben gehen er steht der in der öffentlichkeit vor allem für die fallte der vergleiche immer die fallte minister im bitcoin hat er sagt immer wenn ich was investiere dann bitcoin ist hier um die fallte ich okay gut er hat seine meinung ja muss man nicht unbedingt gleiche meinung sein aber er steht dahinter und ja ist halt julian haus aber er ist auch nur ein menschen und er hat vielleicht fehler gemacht in der vergangenheit inwiefern man ihm das nach heute vor nacht sagen wir bleiben selbst überlassen ja so um auf der anderen seite haben wir natürlich die jungs vom jp morgan ihr wisst die gründen gründer von kadena sind halt vorher bei jp morgan gewesen die haben dort das jp morgan chain oder coin aufgebaut und und die sagen auch ne die wollen definitiv auch die traditionelle institutionelle anleger erreichen ja und ich habe letztens diese feierzeit was die immer machen der gründer mir angehört und ja also für mich geht es sehr in richtung sifa was die machen wollen ja das system technisch gesehen alles gut ist block chain so ich sein soll aber die wollen zwar wenn du mit einem serium auf den chain gehen willst gehst du über ein partner firma von denen die ist natürlich zentralisiert ja kc typischerweise und natürlich dann kommt es wird bei denen aufgehoben und gleichzeitig wird dann auf der kadena block chain für euch ein ein äquivalent erstellt das ist nicht vermischen lässt ihr wisst vermischen lässt was das bedeutet bedeutet wenn ich auf die serien bin um ein serien sag ich mal sogar zu erwärts oder zu solana transferieren will das hin dass dahinter stecken smart contract auf beiden seiten des bridges ja das heißt ich stecke dort in den smart contract mein token reihe auf der anderen seite kommt automatisch ein entsprechender abbild von mein token heraus womit ich arbeiten kann ja das ist vermischen lässt das braucht keiner braucht dann erlebt erlaubnis ja von irgendwelchen entitäten um das durchzuführen ja das ist eben programmiert so aber wenn eine firma für euch euren islam aufhebt und dann auf der chain für euch das islam heraus gibt da ist das nicht mehr vermischen lässt ja und das sind große frage zeichnen mich vor allem wenn leute auf der aus dem traditionellen banken industrie um die ecke kommen sagen wir haben dass die lösung für eine 1 1 1 block chain für ein system gefunden ja das eigentlich von der traditionellen banken industrie komplett weg will weil es dahin probleme gibt ja und wir als banker haben die lösung dafür gefunden dann schnallt euch lieber fest an würde ich sagen an der stelle ich war mal gar keinen punkt ja also wieder für julian horst vielleicht hat er es verdient vielleicht auch nicht und auch nicht für die banker und da haben wir dann am ende habe ich für euch alles hier zusammengefasst ihr seht wir haben einen unentschieden nein tatsächlich bei ein punkt habe ich vergessen wie sie es ja wie sie sind natürlich nur geld leute die oder firmen die viel geld haben ja und die in die chains investieren in die projekte investieren weil ohne geld lässt sich halt nichts machen ja bei die falschen haben wir natürlich die founder selbst julian horst und using die haben beide natürlich aus eigener tasche was da rein gesteckt damit es losgeht ja aber es sind keine große wie sie ist dabei ja bei kadena haben wir immerhin einen großen wie sie multi chain capital inwiefern mit welchem volumen und dort erstmal dahin gestellt aber die sind öffentlich dabei ja das heißt wir haben immerhin einen namen ja nicht viele große namen haft aber einmal einen einzigen namen der hinter dahinter steht und an der stelle also ein punkt für kadena und das ergebnis seht ihr hier ja wir haben hälfte hälfte die fall chain also fünf punkte von zehn und kadena fünf punkte von zehn was bedeutet es jetzt als schlussfolgerung für diese dieser sendung ja diese unterhaltsame sendung hoffentlich war die unterhaltsam ich werde in kein der beiden investieren aber ich mich einfach nicht jetzt entscheiden kann anhand dieser score 15 15 beide nicht wirklich befriedigen ihr wisst in der schulnote wäre das nur drei minus aber wir bleiben gespannt wie es weiter geht ich meine vieles kann sich ändern ja in fast allen bereichen und ich werde auf jeden fall auf dem laufenden bleiben und natürlich youtube wird auf dem laufenden bleiben wie gut dieses video jetzt angekommen ist bis dahin mein name ist die aus dem crypto café euer coptotainer ciao ciao